Den nächsten Tag fand Ahren in denkbar schlechter Stimmung vor. Sein Vater hatte wie erwartet reagiert und von seinem Gürtel Gebrauch gemacht. Seit ihm war an Sitzen kaum noch zu denken gewesen und Ahren hatte sich fortgestohlen, bevor seinem Vater eine noch schlimmere Strafarbeit einfiel, als ihn Holzhacken zu schicken. Wenigstens konnte man das im Stehen tun. So ging er zügigen Schrittes auf den Wald zu, um einen der markierten Bäume von seinen Ästen zu befreien. Falk, der Waldläufer, jagte nicht nur Tiere des Waldes, sondern erkannte auch die Bäume, die gefällt werden durften, ohne dem Wald zu schaden. Entgegen der Gewohnheiten anderer Dörfer konnten die Bewohner von Tiefstein nicht wahllos Holz schlagen. Zu wichtig war der Schutz des Waldes und so gingen die Holzfäller oft tief in den Wald hinein, um dort die Bäume zu fällen, an denen Falk sein Zeichen eingesetzt hatte. Letzte Woche hatte er kleine Gruppen von Bäumen markiert und Ahren begab sich nun dorthin. Noch bevor er in Sichtweite der Baumgruppe kam, nahm er die lauten Stimmen von Holgen und seinen Freunden wahr. Holgen war der Sohn des örtlichen Schmieds und damit natürlich auch der kräftigste Junge im Dorf. Seufzend musste Ahren erkennen, dass dieser Tag eher schlechter als besser zu werden drohte. Er selbst war zwar nicht schmächtig für sein Alter, hatte aber den Muskelbergen des Raufbolts nichts entgegenzusetzen. Und aus irgendeinem Grund war Holgen stets der Meinung, dass er Ahren diesen Umstand jedes Mal aufs Neue klar machen müsste. Dies führte selbstverständlich dazu, dass die anderen Jugendlichen aus Holgens Gefolge in Ahren so etwas wie Freiwild sahen. Er ging dem großen Jungen meistens so gut er konnte aus dem Weg, aber heute würde das wohl nicht gelingen. Die nächsten markierten Bäume, von denen er wusste, waren eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt und Ahren musste das Holz, das er schlug, ja auch noch zurück zur Hütte bringen, sodass er diesen Weg vier bis fünf Mal laufen müsste, jedes Mal schwer mit Holz beladen. Wenn er sich seine Arbeit also nicht verdoppeln wollte, würde er sich ebenfalls bei der vor ihm liegenden Baumgruppe bedienen müssen. Gerade als er sich im Blickweite der Jungen begeben wollte, vernahm Ahren von links eine vertraute Stimme aus dem Unterholz. Psst, Ahren, hier drüben, flüsterte sie. Liege es! Ahren hätte beinahe vor Erleichterung aufgeschrien, konnte sich aber im letzten Moment in ein halbes Ausatmen retten. Trotzdem zuckte er, aus Angst die anderen Jungen hätten ihn doch gehört, zusammen und machte zwei schnelle Schritte nach links hinter das Gebüsch, wo sein bester und eigentlich auch einziger Freund wartete. Lieges sah aus wie immer. Ein halbes Lächeln in seinem schmalen Gesicht und ein freches Funkeln in den blauen Augen, die unter seinen schwarzen Haaren hervorblitzten. Dazu verdreckte Kleidung, die vor einigen Tagen sicherlich noch intakt und sauber gewesen war, die jetzt jedoch hier und da ein paar Risse zierte. Kein Wams dieser Welt konnte mit Lieges Neigung zum Schleichen und Verstecken mithalten. Ahren selbst war von eher schlankem Wuchs und mit seinen nussbraunen Haaren und grünen Augen ein typischer Mittländer. Aber gegen Lieges wirkte jeder muskulös. Und langsam. Denn wenn Lieges eines war, dann schnell. Ich hätte gehofft, du würdest heute hierher kommen. Ich sitze schon eine halbe Stunde in diesem Busch und überlege, wie ich an Feuerholz komme, ohne dass mir morgen der Rücken so wehtut, dass ich nicht stehen kann, sagte Lieges in leisem Ton. Woher wusstest du, dass ich heute herkommen würde? gab Ahren überrascht zu. Als Lieges nur verschmitzt lächelte, wurde Ahren ganz rot. Natürlich. Sein Vater war ja nicht gerade leise gewesen, als er gestern Abend seine Meinung zu den Fehlern seines Sohnes kundgetan hatte. Und da Lieges Familie direkt Nachbarn waren, hatte man dort bestimmt alles mitbekommen. Mach dir nichts draus, jeder hat mal einen schlechten Tag. Auch wenn du mir nachher unbedingt erzählen musst, wie man die Fische, die Fliegen und die Angel an einem Tag verlieren kann, ohne von Räubern überfallen worden zu sein, kicherte Lieges. Nur die Angelschnur, nicht die ganze Angel, verteidigte sich Ahren, was seinem Gegenüber aber nur sein übliches halbes Lächeln abrang. Manchmal hasste Ahren ihn für diese Grimasse. Es schien, als würde sein schmächtiger Freund jede Situation mit diesem schiefgezogenen Mundwinkel begegnen, egal wie ernst oder unangenehm es wurde. Einmal hatte es Lieges mit seinen Streichen so weit getrieben, dass der Büttel ernsthaft erwogen hatte, ihn vor den Stadtrat zu schleifen. Dies war eines der schlimmsten Demütigungen, die einem Menschen in einer so kleinen Gemeinschaft wie Tiefstein passieren konnte. Lieges hatte einfach nur dieses halbe Lächeln aufgesetzt und angefangen, auf den Büttel einzureden. Eine Stunde später konnte er gehen. Die alte Mara hatte alles beobachtet und zu Ahren gesagt, der Junge hat eine Gabe. Ja, das hat er. In zehn Jahren sitzt er entweder im Stadtrat oder er wurde verbannt. Dabei hatte sie gütig den Kopf geschüttelt und Lieges hinterher gesehen, während dieser davon gelaufen war. So, so, nur die Angelschnur, dann ist es ja halb so schlimm. Das kann ja jedem passieren, zog der schmächtige Junge ihn wegen seines gestrigen Missgeschickts auf. Ist ja gut, ist ja gut. Später erzähl ich dir alles. Der genau wusste, dass seine Freund ohne dieses Zugeständnis sowieso keine Ruhe geben würde. Neugier war ein Wort, das man in Gegenwart von Lieges neu definieren musste. Vielleicht, dachte Ahren, war sein Freund deswegen ein so guter Schleicher und Redner. Was der Kaufmannssohn nicht durch seine Überredungskünste erfahren konnte, erfuhr er durch Verstohlenheit. Dabei nutzte er das erworbene Wissen nie zu seinem Vorteil. Er spielte Streiche, ja, aber Schaden fügte er niemandem zu, der ihn nicht in die Enge trieb. Vielleicht kommt er ja auch deswegen mit so vielen Dingen davon, dachte Ahren so bei sich. Laut sagte er stattdessen, aber erstmal brauche ich Brennholz und am besten ohne Holgen in die Finger zu geraten. Zweimal prügelt an zwei Tagen, ist dann doch zu viel. Schmerzverzerrt rieb er sich das Hinterteil. Genau das dachte ich nämlich auch, als ich den Hammerkopf hier gesehen habe, meinte Lieges. Hammerkopf war ein Spitzname, den er sich für den angehenden Schmiedelehrling ausgedacht hatte, da er der festen Meinung war, dass der große Schläger gar keinen Hammer für sein Handwerk brauchen würde, sondern ebenso gut seinen Kopf dazu gebrauchen könnte, weil er sowieso zu nichts anderem taugte. Dass Holgen wirklich einen etwas eckigen Kopf besaß, gab der Beleidigung nur den besonderen Schliff, mit dem Lieges seine Worte gerne wählte, um das Ziel seines Spottes so richtig wütend zu machen. Nicht, dass er dafür jemals zur Rechenschaft gezogen wurde. Lieges war klein und schmächtig, aber neben seiner Qualität als Leisetreter war er auch der beste Sprinter des Dorfes und ein Künstler darin, sich die Umgebung zu nutzen zu machen. Bis seine Häscher ihn eingeholt hatten, wurde er schon von mehreren wohlwollenden Dorfbewohnern beschützt, denen er glaubhaft versichern konnte, dass es ganz sicher nicht seine Schuld gewesen sei, dass ihn gerade ein ganzer Schwarm Jungen verfolgte. Das war auch ganz gut so, denn Ahren befürchtete insgeheim, dass Holgen den kleinen Jungen in der Mitte ins Zweibrechen würde, wenn er ihn je zu fassen bekäme. Aber genau aus diesem Grund schätzte Ahren seinen Freund. Sein bissiger Humor und sein schneller Verstand sowie seine flinken Füße, die ihn vor den Auswirkungen der beiden erstgenannten Eigenschaften schützten, waren eine Kombination all der Dinge, die Ahren nicht besaß. Seine Hände und Füße waren ihm irgendwie immer im Weg und auch wenn er sich nicht für dumm hielt, so hatte er doch nie den Mut und die Geistesgegenwart, um im richtigen Moment die richtigen Worte zu finden. Nun grinste Lieke es ihn an und formulierte seinen Plan, wie man am schnellsten an das Brennholz kommen konnte, ohne selbst die schwere Arbeit erledigen zu müssen oder den anderen Jungen dabei in die Hände zu fallen. Es ist eigentlich ganz einfach, raunte er. Ich locke sie von der Lichtung fort und du schnappst sie das Brennholz. Der Hammerkopf ist so wild darauf, mich in die Finger zu kriegen, dass er sofort hinter mir herrennt, wenn er mich sieht. Die anderen Idioten werden ihm folgen, aus Angst seinen Zorn zu spüren zu bekommen, wenn sie ihm nicht helfen und ich deswegen entwische. Ja, das klingt prima, dann los, stimmte Ahren begeistert zu. Der Gedanke, nicht mehrere Stunden mit Holzfällen verbringen zu müssen, sondern den anderen ihren schwer erarbeiteten Lohn abzujagen, gefiel Ahren so gut, dass er ohne weiter darüber nachzudenken einwilligte. Zu tief traf ihm sein gästiges Missgeschick und die Aussicht, die Welt im Allgemeinen und die Dorfjungen im Besonderen auszutricksen, kam ihm in seiner momentanen Gemütsverfassung wie ausgleichende Gerechtigkeit vor. Gut, geh drüben in Stellung und schnapp dir das Holz, wenn alle weg sind. Bring's am besten zur Zuflucht. Das ist nicht so weit und du kannst dich dort gut verstecken. Die Zuflucht war ein Baumhaus, das die beiden Jungen letzten Sommer gebaut hatten. Nur Falk wusste davon, da die zwei ihn nach einem geeigneten Baum gefragt hatten, weil sie hatten sicher gehen wollen, dass er nicht eines schönen Tages ihr Baumhaus zum Abholzen freigab. Gut, mach ich, aber sei bloß vorsichtig, dass dich keiner erwischt. Haben sie doch noch nie, kicherte Likes und verschwand zwischen den Bäumen. Genau deswegen mach ich mehr Sorgen, murmelte Ahren und starrte auf die Stelle, wo er seinen Freund zuletzt gesehen hatte. Irgendwann würde das Glück nicht mehr auf der Seite des gewitzten Jungen sein und dann konnte es böse ausgehen. Schon kam ihm Likes Plan nicht mehr wie eine so gute Idee vor, aber sein flinker Freund war bereits fort und Ahren kroch mit einem mulmigen Gefühl im Bauch in das dichte Unterholz.